Ein Arbeitskollege könnte Sie über eine wichtige Entwicklung benachrichtigen, welches Sie als Chance ansehen könnten. Ihr Verstand könnte ohne Zeit zu vergeuden darüber nachdenken, wie er sich am effektivsten daraus Nutzen ziehen könnte. Es ist Tag des Saturns, der im Zeichen Schütze fortschreitende Mond gibt Ihnen die Chance, einen lebhaften Tag mit idealistischen Energien zu verbringen. Sie werden mit Aufregung und Neugier neue Dinge erlernen wollen und offen für interessante Erfahrungen sein. Es ist ein geeigneter Tag für das Verreisen, Ausflüge, kulturelle Aktivitäten, Sport und die Bildung. Der Mond wird um 21.26 Uhr ein Dreieck mit dem Jupiter im Zeichen Löwe bilden und sich anschließend im Lehrraum befinden. Entspannte, fröhliche und positive Energien könnten bis zu den Abendstunden andauern. Sie werden viel Spaß bei sozialen Belangen und amüsanten Aktivitäten haben.